Russland hat am frühen Montag groß angelegte Luftangriffe auf Kiew und die gesamte Ukraine verübt. Stundenlang ertönte Luftalarm ins etwa zwei Drittel des Landes. In der Region Kherson und in der Region Saporisch-Scher waren laut Medienberichten Explosionen zu hören. In Odessa gerät laut offiziellen ukrainischen Angaben ein Lebensmittellager nach russischem Beschuss in Brand. Im umkämpften Bachmut verschärfte Russland sein Vorgehen an der Front. Die russische Söldnertruppe Wagner hatte zuvor ihren angedrohten Rückzug aus der Stadt aufgegeben. Acht weitere Orte in der Region Sumi im Nordosten standen nach Militärangaben ebenfalls unter verstärktem russischen Beschuss. Bei den russischen Luftangriffen auf Kiew sind laut dem Bürgermeister der Stadt Vitali Klitschko mindestens fünf Menschen verletzt worden. Drei Menschen wurden bei Explosionen verwundert, zwei weitere Personen durch Drohnenwrackteile, die auf ein zweistöckiges Gebäude fielen, verletzt. Die Angriffe hielten weiter an, Reuters Augenzeugen berichten von zahlreichen Explosionen in der Stadt. Die russischen Streitkräfte würden moderne Ausrüstung einsetzen und ihre Truppen umgruppieren. Das sagte ein ukrainischer Befehlshaber der Bodentruppen nach einem Besuch an der Frontlinie. Russen hoffen immer noch die Stadt Bachmut bis zum 9. Mai zu erobern. Der 9. Mai ist in Russland der Tag des Sieges, der mit einer Militärparade in Moskau anlässlich des Sieges über Nazi-Deutschland begangen wird. In den hart umkämpften Gebieten im Osten der Ukraine verschärft sich die Lage weiter. Der Chef der russischen Söldner-Truppe Wagner deutet nach versprochenen Munitionslieferungen am Sonntag einen Verbleib seiner Kämpfer in der seit Monaten hart umkämpften Frontstadt Bachmut an. IAIA-Chef Rafael Grossi warnt in der Zwischenzeit angesichts der Evakuierung in einer Stadt nahe des von Russland besetzten AKWs Saporizhia vor der, wie er sagt, Gefahr eines ernsten atomaren Unfalls. In weiten Teilen des Landes, einschließlich der Hauptstadt Kiew, wird am Sonntagabend kurzzeitig Luftalarm ausgelöst. Über der Hafenstadt Odessa im Süden des Landes sind Explosionen zu hören, berichtet die Staatsagentur Ukraine vor. In der Nacht auf Montag wird über russische Angriffe auf Kiew und Odessa berichtet. Es hat einen feindlichen Raketenangriff gegeben, heißt es, danach seien Explosionen zu hören gewesen. Der ukrainisch-öffentlich-rechtliche Sender Suspilne meldet ein Feuer nach einer Explosion in Odessa und das Geräusch von Explosionen in Kherson. Bachmut ist dabei das Epizentrum des ukrainischen Kampfes gegen Moskaus Streitkräfte. Die Gruppe Wagner führt den seit Monaten andauernden russischen Angriff auf Bachmut an und hat die Stadt beinahe eingenommen. IAIA-Chef Grossi erklärt in der Zwischenzeit, die Situation im Gebiet rund um das Kraftwerk Saporizhia werde immer unberechenbarer und sei potenziell gefährlich. Kurz nach Mitternacht sind laut russischen Angaben bereits 1700 Menschen, darunter 660 Kinder, evakuiert. Sie werden aus den umliegenden Gebieten des AKW zum temporären Unterbringungszentrum in Berzhansk gebracht. Nach ukrainischer Einschätzung ist Russland derzeit zwar nicht in der Lage, größere Offensivoperationen durchzuführen, allerdings sei Russland auch weiter stark genug, um die Verteidigung der besetzten Gebiete zu organisieren. Russische und ukrainische Streitkräfte bereiten sich derzeit auf die erwartete Gegenoffensive der Ukraine vor. Gleichzeitig häufen sich zuletzt Drohnenangriffe, Sabotageakte und mutmaßliche Anschläge auf russischem Gebiet. In Russland wird am Dienstag der Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg gefeiert. Auf der Donetsk-Achse setzten die Angriffseinheiten ihre Offensive im westlichen Teil der Stadt Bachmut fort. Die Luftlandetruppen unterstützten sie und erschwerten den Widerstand der Flanken der feindlichen Streitkräfte. In der Gegend der Siedlung Chasiv-Yar in der Volksrepublik Donetsk zerstörten die russischen Streitkräfte eine Brücke, die von den Streitkräften der Ukraine genutzt wurde, um Munition zu liefern und Reserven nach Bachmut zu verlegen.